Ah, wer ist das, wer ist das für AXO? Ich hab grad deinen Zwillingsbruder da unten runterkullern sehen. Au! Oh, hier ist so ne Falle. Ah! Nuka, hilf mir! Warum? Ah, ne will ich auch nicht hin. Oh, ich mag die Map nicht, ich weiß nicht, wie das mit den Fallen funktioniert. Warum konntest du da so durchgehen durch die Falle? Durch die Falle? Die hier, dieser lange Gang. Der lange Gang ist? Der lange Gang hier? Pssst! Welcher? Mit wem sprichst du? Mit dir! Mit mir! Diese Nerven gerustig! Welchen Gang meinst du denn? Den Gang, den du da durchgelaufen bist. Äh? Au! Der schmale meinst du? Genau. Ist doch wohl nicht hier. Das ist kein Fallengang. Das ist ein Fallengang. Nö. Ach, nö. Das ist keine Falle. Dann geh doch nochmal durch. Bin ich jetzt schon zum dritten Mal jetzt schon. Dann bist du Traitor. Ne, bin ich nicht. Bei mir ist alles grün. Ne grün. Mach ich geh einfach mal hier dann. Luca, du lebst doch, ne? Ja, ich lebe noch. Ich bin... Ich hab mich versteckt. Wo denn? Sag ich euch nicht. Ich hab's nur nur zugemacht. Ne, das kann jeder, ne? Ja, das kann jeder, ne? Ja, das kann jeder. Und eine zu... Mhm. Luca ist bestimmt da oben drin. Klar. Ach so, Moment. Wo geht's denn hier? Hinteren Räume hier. Backstage sozusagen. Ich hab keine Ahnung. Was ist Backstage? Ich würde ja hier auf dich schießen, aber ich... Mach's lieber nicht. Ich bin entschuldig. Ja.